Guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XDB. Heute am Donnerstag, den 7. Dezember 2023 und wir wollen uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Wir wollen heute mal ein kleines, in Anführungsstrichen, Aktien-Spezial machen. Wir wollen nämlich zwei Einzeltitel zum Thema machen. Einmal Upstart und einmal Chewy. Das sind jetzt nicht die wirklich aktiv gehandelten Titel oder die bekanntesten Titel aller Nvidia oder Tesla oder Apple oder sonst dergleichen, aber zwei meiner Einschätzung nach super spektakuläre, spannende Titel. Upstart hat einiges an positiver Coverage erhalten, nachdem ich gestern die Aktie zum Thema gemacht hatte, nämlich aus dem einfachen Grund, weil Upstart ist dann tatsächlich zur Eröffnung wenigstens steil gegangen. Leider hat es kein Follow-Through gegeben, aber Upstart ist aus einigen Gründen vielleicht im derzeitigen Umfeld besonders interessant, wenn man sich auch den übergeordneten Markt anschaut und wie weit er bereits gelaufen ist. Und dann haben wir noch Chewy. Chewy, ein Unternehmen, bei dem Ryan Cohn zum Beispiel eine Rolle spielt. Der ein oder andere hat den Namen schon mal gehört. Aktivist. Amc, nein, nicht Amc, Verzeihung, GameStop war es an dieser Stelle, wo er auch eine Rolle gespielt hat, seine Person häufiger mal zum Thema gemacht wurde. Und Chewy ist ja auch eine Firma von ihm, gestern mit Earnings interessant, weil nicht so überzeugend und vor allem auch mit einem Gap Down, wo wir vielleicht auf neue Allzeitdiefs fallen könnten. Könnte also ein interessantes Trading Play tatsächlich werden. Und darauf wollen wir einen Blick werfen. Also Upstart und Chewy, in wenigen Minuten gibt es mehr, bevor wir starten offiziell erstmal der Blick auf den Risiken. Devisen und CFD sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet gehen, mit dem hohen Risiko, einher schnell Geld zu verlieren. Sein Ausgehen hierfür nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste dann risikofreischau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das für sich mit ihr aber antworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vor ständiger Risiken, beweis, findet ihr auf xdb.com.de. Jeder nutzt gerne die Möglichkeit, den Kundensupport im Berliner Büro zu kontaktieren. Kontaktdetails folgen gleich, zunächst in einiger Sache, bitte nichts in den Folgenminuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein edukatives, rein informatives Event. Könnt gerne die Fragen stellen, die euch jetzt kommen mögen, auch zu anderen Titeln, die ihr vielleicht mal betrachtet sehen wollt, unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion. Aber bitte nichts als Anlageempfehlung in irgendeiner Form missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdetails, Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse von xdb. Wie gesagt, Berliner Büro, deutschsprachiger Kundensupport, gerne anrufen. Von xdb als Brokerkurs vorgestellt. Besser CFD Brokers Jahr 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die wir geführt haben, unter anderem hier links aufgeführt. xStation mit Sicherheit einer der Gründe. Und dann wollen wir gleich in die xStation gehen. Und ich habe hier schon mal die Grafik vorbereitet. Das ist die, die ich gerade den Kunden von xdb im Live-Event präsentiert habe. Und da wollen wir einen Blick werfen auf Upstart. Upstart, der eine oder andere kennt die Aktie vielleicht. Vielleicht auch aus sozialen Medien vielleicht. Also einen riesen Hype gesehen, ich will das mal ganz kurz hier im Daily zeigen, war einer der Mega-Plays eigentlich auf der Long-Seite, von da oben kommend. Einer der Mega-Plays über die Jahre 2020, ganz besonders 2021. Also erst 21, weil im Dezember 20, Verzeihung, an die Börse gegangen, IPO'd. Und dann eben hier diese massive Squeeze auf der Oberseite. Hat jetzt einen riesen Zusammenbruch gesehen. Ganz kurz vielleicht, was machen die? Die Frage kann ich beantworten. Da kommt nämlich der Grund, warum ich jetzt gerade so schmunzle. Mark Minervini, der eine oder andere kennt den vielleicht, diesen Market Wizard, einer der legendärsten Trader unserer Zeit. Er hat ein Interview gegeben, damals mit CNBC, glaube ich war es. Und hatte mit Upstart einen riesen Play auf den Weg gebracht gehabt. Also eine richtig starke Performance eben hier gefahren gehabt. Und wurde dann im Interview gefragt, was die denn überhaupt machen. Und dann konnte er die Frage nicht beantworten. Beziehungsweise er konnte die Frage nicht beantworten. Er sagte, er hat keinen Ton auf dem Ohr. Wahrscheinlich, weil er das einfach nicht wusste. Er hat es einfach getradet. Aber naja, wenn du halt in diesem Finanz-Entertainment-Komplex irgendwie interviewt wirst, dann musst du da schon eine Antwort drauf geben können. Also beziehungsweise macht das einen guten Eindruck. Kannst nicht sagen, hat sich aus den und den technischen Kriterien als Longplay angeboten. Deswegen habe ich die Aktie long getradet. Hat einen riesen Profit gemacht. Aber wie gesagt, konnte halt nicht sagen, wofür die sind. Da haben sich dann einige drüber lustig gemacht. Stellt nicht in Abrede, dass er trotzdem einer der legendesten Trader ist. Und dass es ihm wahrscheinlich gar nicht interessiert, was die machen. Aber bietet sich vielleicht an, im derzeitigen Umfeld zu wissen. Weil nämlich das durchaus vielleicht ein Grund sein könnte, was unsere These befeuern könnte. Gehen wir über die, ich sage das technische Level schon mal, 37 Dollar Marke. Aber, also, ganz kurz zu Upstart. Das ist ein Unternehmen, KI, fokussiert, welches die Bonität von Kreditnehmern einordnet. Ausgehend von eben technischen, beziehungsweise Computermodellen, künstliche Intelligenz basieren, die eben nicht nach klassischen Kriterien herausfinden, ob ein Individuum kreditwürdig ist oder nicht. Also sprich Einkommen oder sowas. Sondern die ziehen auch andere Faktoren mit ein. Also Alter beispielsweise, darüber hinausgehend, wo wohnt derjenige welche, wie ist die Einkommensstruktur in dieser jeweiligen Hood, also Nachbarschaft oder dergleichen beispielsweise. Und ein, ich finde, sehr, sehr innovatives Geschäftsmodell. Das hat natürlich einen riesen Einbruch gesehen, die Aktie. Nach diesem Hype und nach dieser Squeeze, nach dieser potenziellen Bubble, die gepoppt ist, 2021 mit dem Zinsanhebungszyklus, beziehungsweise der anziehenden, galoppierenden Inflation, die anziehende Zinsen nach sich gezogen hat, die dazu geführt haben, die anziehenden Zinsen, dass natürlich die Nachfrage nach Darlehen, Querstrichkrediten, besonders im privaten Sektor, kollabiert sind. Und logischerweise wird dann auch ein Unternehmen, welches die Bonität hier diesbezüglich eben ausgibt, entsprechend eben abverkauft. Hat einen riesen Ausverkauf gesehen und konsolidiert jetzt hier seit langer, langer Zeit. Viele spekulierten sogar aus der Hedgefondsbranche darauf, dass die Firma vielleicht pleite geht. Ein ähnlicher Kandidat wie Carvana, also CVNA, hatten wir auch mal hier schon im Guten Morgen Börse mit XDB zum Thema gemacht. Und Upstart hat infolgedessen einen riesengroßen Shortfloat aufgebaut gesehen. Also Hedgefonds, die darauf spekulieren, dass die Firma sogar bankrott geht, die große Shortposition aufgebaut haben, die ist so groß, dass wir aktuell von einem Shortfloat in der Aktie sprechen, von 45%. Also rund 60, 70 Millionen Stücke gehen um, also relativ illiquide, auch im Vergleich zum Beispiel zu Affirm, der eine oder andere sich. Wir hatten Affirm zum Thema gemacht, auch da war die Short-Squeeze-These eine Basis und die Aktie hat zwischenzeitlich in den letzten zwei Wochen von 27 Aufschläge gesehen auf über 40 Dollar zeitweise. Und hier in diesem Fall ist es noch ein bisschen extremer, weil Affirm sind 200 Millionen Stücke, die wir umgehen. Hier haben wir ein Drittel dieser Stücke, wie gesagt ungefähr 70 Millionen, bis ich jetzt wetten, 65 Millionen, ungefähr so in der Range. Und hat eben einen Shortfloat nochmal höher von 45% im Vergleich zu den 20% in Affirm. Also durchaus ein Squeeze-Kandidat. Hat er auch schon im Jahr 2021 hier eine scharfe Squeeze gesehen, die das mit Sicherheit mitgetragen hat. In Folge eines Earnings-Releases über Mai, Juni, Juli hat es hier eine nahezu Sechs-Versiebenfachung des Aktienkurses gegeben. Und jetzt sind wir wieder reingekommen, es hat einen scharfen Rücksetzer gegeben, weil es eben keine fundamental nachhaltige Bewegung war. Aber der Shortfloat, der ist weiterhin relativ hoch. Und jetzt kommt meine Überlegung, zum einen, wir sehen eine zunehmende Spekulation darauf, dass die FED sich geldpolitisch lockerer wird präsentieren. Das ist erstmal Punkt 1. Das spiegelt sich wieder im FED-Watch-Tool am Terminmarkt beispielsweise. Heißt, Zinssenkungen, heißt, der Kreditmarkt wird auch entsprechend eben positiver wahrgenommen. Ganz besonders Upstart könnte jetzt ein interessanter Kandidat sein, weil nämlich Upstart auch einen relativ hohen Shortfloat hat und eben ein relativ illiquides Umfeld findet. Und da kommt die Idee zum Gesamtübergeordnetenmarkt. Kurzer Blick nochmal auf die Qs zum Beispiel, also auf den Nasdaq 100 ETF zum Beispiel. Wir können auch den S&P nehmen, wir nehmen jetzt mal hier an der Stelle die Qs. Und die Performance über das Jahr 2023 bis jetzt. Dieser ETF oder der Nasdaq generell hat über 40% Aufschläge gesehen. Nochmal, man stelle sich vor, ich bin Portfolio Manager und ich habe eine Underperformance auszuweisen im Vergleich zum breiten Markt. Und jetzt brauche ich nochmal so eine Art, ich sage mal Performance Booster vielleicht in den Jahresschluss hinein. Den könnte ich finden mit solchen Squeeze-Kandidaten, Affirm oder eben auch einer Upstart, die ich dann eventuell auch plane, länger zu halten über das Jahr. In Folge nehme ich dann die Überlegung, dass ich einfach sage, naja, wenn sich jetzt das Business generell aufhält und die dann ausgegebenen Earnings-Releases, Quartalsberichte und dergleichen, wäre das ja eventuell durchaus ein Kandidat, den wir hier in Betracht ziehen könnten. Und da hatte ich dann in diesem Zusammenhang, also das erstmal als Basis, hatte ich das hier präsentiert gehabt und hatte hier diese Widerstandsregion ungefähr 35% zum Thema gemacht. Und gestern hat es einen relativ scharfen Pushdown auf der Oberseite gegeben tatsächlich, sofort aus dem Stand. Die Aktie hat starken Opening Drive über die 35% gesehen, konnte die klar halten, wie wir es hier sehen und sah dann eine weitere Squeeze in wenigen Minuten bis in Richtung der 37er-Region. Also das war durchaus interessant für einen Momentum-Play. Dann gab es allerdings einen Vorlauf, der war ein bisschen suboptimal, also der überwarnete Markt kam auch ein bisschen rein. Der Nerstack gestern, ebenfalls initial kurz mit Bullishness, kam dann in den Abend rein. Und wir haben nach einer engen Konsolidierung zwischen 36, 37% sind wir übergerollt und haben nahezu alle Aufschläge, die wir in der Aktie gesehen haben, zur Markteröffnung wieder hergegeben. Und jetzt ist die Aktie noch nicht kaputt, aber zumindestens mal brauchen wir noch etwas, ein Szenario, welches dann uns allerdings in eine sehr, sehr komfortable Situation manövriert. Mal schauen, ob es das wird. Also da vermag ich aktuell nicht zu prognostizieren. Aber was ich gerne sehen wollen würde, damit die Aktie für mich nochmal und dann besonders vielleicht für ein solch fortgeschrittenes oder voranschreitendes Short-Squeeze-Play interessant wird, wäre, dass wir einen Drive sehen, nochmal, starke bullische Performance, die uns zurückführt, über die 36, knapp unter die 37, möglichst mit anziehendem Volumen. Also das heißt, nach Möglichkeit möchte ich hier sehen, dass wir von dem durchschnittlich gehandelten Volumen in der Aktie, da gehen 8 Millionen Stücke um, nach Möglichkeit 3, vielleicht 3 Millionen, vielleicht 3, 4 Millionen Stücke, müsste man abwarten, schon sehen, die in der ersten halben Handelsstunde laufen, zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr, dass starke Nachfrage reinkommt, die uns dann zwischen 37, 36 konsolidieren lässt und wo wir dann sehen, dass wir Abticks sehen, beziehungsweise mit anziehendem Volumen in Richtung der 37 streben. Das könnte interessant werden für ein Short-Squeeze-Play in Upstart, heute, in den kommenden Tagen. Also ich hätte die Aktie auf jeden Fall auf dem Schirm, würde mir eine Alarmlinie reinlegen, vielleicht um 36, einfach um informiert zu werden. Und dann ausgehend hiervon einen Swing-Short-Play auf den Weg bringen, mit Ziel eines vielleicht sogar tiefen Laufs zurück über die 40-Dollar-Marke. Also ich glaube, Upstart ist da ein sehr, sehr interessanter Kandidat, auch wenn, wie gesagt, gestern erstmal nur aus der Momentum-Perspektive, gehen wir jetzt aber über die Hochs, dann könnte das ein ähnliches Szenario werden, wie beispielsweise in Affirm, da habe ich die Aktie hier schon mal reingeholt, da sind wir über die 27 gegangen, das war hier vor rund 2, 3 Wochen, hatten wir sehr zum Thema gemacht gehabt. Ein ähnliches Play, starker Opening-Drive, nicht ganz so tief reingekommen und dann am nächsten Tag kurzer Flasch und dann der Break mit dem Halten höher über die 30, die dann alles Weitere in den Folgetagen auf den Weg gebracht hat. Das ist so eine Art Sympathy-Play, vielleicht so eine Idee, was von Muster eben gesehen werden möchte, wir wollen aber sehen nochmal, dass wir eben entsprechend über diese Hochs gehen, über die 37. Das also für Upstart, für Intraday, Trader, eventuell auch interessant heute, wie gesagt, Chewy, Stichwort Ryan Cohn, GameStop und dergleichen. Und gestern nachbörslich mit Earnings, die waren, naja, nett formuliert, jetzt nicht so herausragend, Gewinn pro Aktie zwar ausgewiesen, gegen den Verlust erwartet, also 15 Cent Gewinn pro Aktie, 6 Cent Verlust erwartet. Der Revenue war allerdings, also der Umsatz unter der Erwartung, 2,74 gegen 2,76 Milliarden und vor allem die Guidance für das jetzt laufende Geschäftsquartal, 2,78 bis 2,8 Milliarden gegen 2,93 Milliarden erwartet. Und ausgehend hiervon eher mit einem, oder beziehungsweise mit einem Gap Down, gestern nachbörslich 10, 11 Prozent Abschläge in Gefilde um 17 Dollar. Und ziemlich genau also in diesem Bereich, den ich hier gekennzeichnet habe. Wenn wir uns den Daily Chart zurückgehend anschauen, dann wird offenbar, da kommt nichts mehr. Das sind Allzeithiefs eventuell. Heißt also etwas anders formuliert, für aktivere Trader. Interessant, wenn wir unter 17 gehen, unter 17 halten, könnte Chewy, also C-H-W-Y ist das ticker Symbol, ein Short-Kandidat sein, der uns dann Richtung 16, Richtung 15 vielleicht führt. Also es könnte einen Intraday-Trend auf der Short-Seite geben. Und die Aktie, die hätte ich auf jeden Fall näher auf dem Schirm. Also zwei etwas eigenartige Titel vielleicht, etwas unübliche Titel, aber durchaus spannend, mit eventuell einigem an Kurspotenzial, sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite. Wie gesagt, Upstart wollen wir abwarten, über die 37, den Break nach Möglichkeit sehen, Chewy eventuell mit neuen Allzeithiefs. Meinerseits heißt das gewesen, happy trading. Passt auf die Stops auf, wir hören uns morgen wieder hier zum Wochenschluss gemeinsam mit XTB. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.